Am Samstag ging es für uns von Aspa Friends e.V. nach Darmstadt zum jährlichen Windhundfest. Wir hatten unseren Shop dabei, haben den Stand aufgebaut und uns dort schon echt auf euch gefreut. Bei wirklich hervorragendem Wetter, die Sonne hatte geschienen und der Himmel war total blau, haben wir so viele Menschen wieder treffen dürfen, haben neue Menschen treffen dürfen, ganz tolle Gespräche geführt, sehr berührende Gespräche führen dürfen, viele unserer Hunde wieder getroffen und hatten echt eine wahnsinnig tolle Zeit mit euch. Wir möchten uns für die Organisation bedanken, uns bedanken, dass wir wieder dabei sein durften und hier habt ihr noch ein paar weitere Einblicke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.